Olli, mein Geschmack ist sehr speziell. Du würdest es nicht verstehen. Dann klär mich auf. Ja, den Witz hat natürlich jeder verstanden. Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 5 Jahre Easy Young TV, unserem halbrunden Geburtstagsjubiläum. Ähm, ja. Hallo? Irgendwie passieren da gerade ganz viele Dinge. Von denen ich nicht wusste, dass sie hier so passieren sollen. Hallihalöchen, wir sind hier auf dem Jazz & Blues Festival und trotz des bescheidenen Wetters sind doch viele Leute hierher gekommen, um sich die Mucke zu geben. Und ja, schauen wir doch einfach mal rein. Ja, wie war's? Der Sirius kommt heute nicht. Ja, der steht im Stau. Los, du musst jetzt Moderation machen. Dein Ernst, jetzt, okay, du kommst jetzt mit. Mensch, ich, Moderation. Hallo. Yes. Hallo. Wir sind bei Easy Young TV. Hallihallo. Und da unser eigentlicher Moderator gerade im Stau steht, machen wir das jetzt heute. Mr. Brian, sehen Sie das? Jackie Semper. Let it be light. Anniper flame. Mr. Brian, spüren Sie das? Let it be drums. Anniper drums. Let it be guitar. Gitar. Oh, let it be rock. Ja. Light is it easy. Let it be rock and I'm all for you. Everybody. It's easy. Das ist aber böse. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Du kommst jetzt zu spät, jetzt sind wir schon fast fertig. Ich bin doch heute der Moderator. Jetzt haben wir schon angefangen. Ich bin jetzt schon voll in meiner Rolle drin. Du hast sogar meinen Anzug geklaut. Dann lass ich euch mal wieder weitermachen. Komm, wir löchern Robin noch ein bisschen. Ach, wir löchern Robin noch ein bisschen. Wo hast du denn das Kochen gelernt? Wo habe ich das Kochen gelernt? Also, mein Vater kocht ziemlich viel und von dem habe ich mir das ein wenig abgeschaut. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe nach unserer Pause bei Easy Young. Ich bin heute der Moderator für die Sendung, Simon. Und mit mir mein Co-Moderator, Peter. Das bin auch ich. Achtung, auf die Plätze. Fertig. Eins, zwei, drei. Uns doch nicht. Wir holen drei Schläge. Vielen Dank.